Und dann hast du mal Erfolg, dann wirst du reicher, glücklicher, dann hast du mal Misserfolg, dann lernst du. Viele Menschen meinen, sich später entscheiden zu können. Aber weißt du, jemand, der keine Entscheidung treffen kann, der verliert das Vertrauen in sich selbst. Und abgesehen davon ist es sogar unmöglich, keine Entscheidung zu treffen. Denn auch wenn du dich nicht entscheidest, hast du dich in Wahrheit entschieden. Du hast nämlich dann gewählt, dass alles so bleibt, wie es bisher war und ist. Du hast also die Unentschiedenheit gewählt. Du hast gewählt, nichts zu verändern. Und dieser Zustand kostet enorm viel Energie. Das müssen wir verstehen. Der belastet uns auch, dieser Zustand. Du bist da nicht frei und du kannst dich auch nicht frei bewegen. Das ist so, als wenn du den Motor einschaltest und lässt ihn im Leerlauf laufen. Abgesehen, dass es die Umwelt verpestet, ist es einfach so, dass du trotzdem Öl verbrauchst, Benzin verbrauchst, aber nicht von der Stelle kommst. Wenn du dich nicht entscheidest, verbraucht dein innerer Motor Benzin. Der verbraucht Energie. Der verbraucht Lebenszeit, Lebensenergie. Und trotzdem stehst du auf der Stelle still. Du bist abends genauso K.O., als wenn du richtig gearbeitet hättest, hast aber nichts geleistet. Und das weißt du. Und dazu kommt, dass du außerdem noch dieses komische Gefühl hast, dass du dich hättest entscheiden sollen. Du fühlst dich also irgendwie doppelt mies. Das ist so, bei Menschen, die sich nicht entscheiden können, was Psychologen nennen, da ist ein Bremser und ein Heizer in einer Person. Stell dir mal vor, da drückt einer auf die Bremse und ein anderer gibt Gas. Einer drückt auf die Bremse und der andere gibt Gas. Was passiert? Da wird viel Energie vergeudet, du kommst aber nicht voran. Nochmal, du denkst dann, du hättest gearbeitet. Du hast Energie verbraucht. Und du fühlst dich schlecht, weil wir uns immer schlecht fühlen, wenn wir uns nicht entscheiden. Warum ist das so? Aus unserer Evolution haben wir gelernt, wenn eine Situation auf uns zukommt, müssen wir blitzschnell reagieren. Müssen wir weglaufen, wenn ein Löwe kommt oder ein Säbelzahntiger oder müssen wir der Beute hinterher, wenn wir sehen, dass wir da etwas zu essen jagen könnten. Das heißt, unser Gehirn ist darauf programmiert, schnelle Entscheidungen zu treffen, ganz schnell etwas zu tun oder weg. Und dann ist etwas passiert. Im Laufe der Jahre, der Jahrtausende, der Jahrmillionen hat sich ein neues Gehirn ausgebildet, unser analytisches Gehirn. Jetzt musst du wissen, im alten Gehirnteil, den wir auch noch haben, da können wir Entscheidungen treffen. Im analytischen Teil können wir das nur sehr, sehr schwer. Wenn du in diesem analytischen Teil bist, dann stellst du sehr kluge Überlegungen an. Dann sagst du, naja, wenn ich das bedenke und das bedenke und das bedenke. Du kannst aber keine Entscheidung treffen. Dafür musst du in den alten Teil deines Gehirns. Und deswegen glaube ich, dass es besser ist, dass du bei leichten Entscheidungen deinen ersten Impulsen folgst. Also gewissermaßen deinem Bauchgefühl. Ich glaube, dass es besser ist, sich auch einmal falsch zu entscheiden, als sich nicht zu entscheiden. Als im Leerlauf zu bleiben, als Bremser und Heizer in einer Person zu sein. Und dennoch sagen immer wieder viele Menschen zu mir, Bodo, aber ich kann mich doch auch später entscheiden. Erstens ist das falsch, weil das Leben dann nicht mehr dasselbe ist. Deswegen sagen Mönche, du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Natürlich ist da noch das Bachbett, aber das Wasser ist ein anderes. Aber ich glaube darüber hinaus auch, dass es gefährlich ist, wenn wir sagen, ich kann mich doch auch später entscheiden. Und weißt du warum? Am besten stellst du dir dein Ziel so vor, als würde es auf einer fahrenden Rolltreppe stehen. Und dadurch bewegt sich das Ziel von dir weg. Es ist also gewissermaßen ständig in Bewegung. Wir stellen uns das so vor, dass ein Ziel, also die Menschen, die sich nicht entscheiden können und die sagen, ich entscheide mich eben später, die stellen sich das so vor, da ist ein Ziel. Ja und ich kann jetzt da so drumherum kreisen und kann drumherum kreisen, aber das Ziel ist einfach da. Ja, stimmt nicht. Das Ziel entfernt sich. Es entfernt sich von dir. Möglichkeiten stehen nie still. Das hast du vielleicht schon mal gemerkt. Wenn da etwas wirklich an großer Möglichkeit vor dir ist, der Traumpartner, der steht nicht still. Da kannst du nicht sagen, okay, nächstes Jahr gleiche Zeit, ich komme mal wieder. Und auch wenn du ein super Schnäppchen bekommen willst für den Urlaub oder vielleicht sogar eine Wohnung zu kaufen, ja, da musst du auch zugreifen können. Wenn du einige Zeit zögerst, um dich zu entscheiden, was so logisch erscheint, dann ist das Ziel schon außer Reichweite. Und je länger du wartest, desto schwerer wird es, dass du dieses Ziel wieder einholen kannst. Wichtig ist, dass wir uns merken, nicht entscheiden bedeutet, dass wir unser Wachstum blockieren. Denn Wachstum bedeutet, dass du Entscheidungen triffst und dann hast du mal Erfolg, dann wirst du reicher, glücklicher, dann hast du mal Misserfolg, dann lernst du. Und aus Lernen erfolgt, dass du noch bessere Entscheidungen treffen kannst. Und ich sage dir noch etwas, du kannst keine falschen Entscheidungen treffen. Du kannst keine falschen Entscheidungen treffen. Ich werde dir das in einem anderen Video ausführlich erklären. Du kannst keine falschen Entscheidungen treffen. Fragen wir uns jetzt, willst du lernen, schnelle Entscheidungen zu treffen? Dann empfehle ich dir, mach einfach diese Übung. Das nächste Mal, wenn du etwas zu essen bestellst, ob das jetzt online ist oder wie auch immer, dann schau auf die Karte und bestell innerhalb von 30 Sekunden. 30 Sekunden entscheide dich. Das klingt so banal und einfach, aber das ist so, dass du dir vorstellen kannst, unser Entscheidungsmuskel ist etwas, das wir trainieren können wie eine normale Muskel. Das heißt, wir können trainieren, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich mache das, ich schaue auf die Karte und spätestens in 30 Sekunden entscheide ich, was ich essen möchte. Manchmal muss ich was essen, was mir nicht schmeckt, das ist klar, das ist es mir aber wert, denn ich will meinen Entscheidungsmuskel trainieren. So, das ist bei leichten Entscheidungen. Die treffe ich einfach schnell aus dem Bauch, mal geht es daneben, mal passt, ist nicht schlimm. Ich habe meinen Entscheidungsmuskel trainiert. Das heißt, ich blockiere mein Wachstum nicht, sondern ich werde stärker, ich werde im Idealfall auch etwas weiser und klüger und ich kann bessere Entscheidungen treffen. Ich wachse. Was mache ich bei schwierigen Entscheidungen? Dann sage ich mir, ich setze mir einen Zeitraum. Achtung, da setze ich mir einen Zeitraum. Und ich sage, wenn ich bis dahin nicht das sehe, was ich sehen möchte, dann treffe ich diese Entscheidung. Dann notiere ich mir die Entscheidung und das Datum. Wie meine ich das? Angenommen, du bist mit einem Partner zusammen, du sagst, macht mich nicht glücklich. Aber ich habe ihn auch mal geliebt oder ich habe sie mal geliebt, ich kann er jetzt nicht einfach weg. In so einem Fall sage ich, mach es dir nicht leicht. Da so aus dem Bauch raus zu sagen, okay, 30 Sekunden treffe ich eine Entscheidung. Das ist natürlich Quatsch, kannst du nicht machen. Dafür ist dir der andere ja auch zu wichtig und dafür ist Liebe ein zu wichtiges Thema. Dann könntest du aber sagen, ich bin in der Beziehung nicht wirklich glücklich. Ich kann nicht mehr wachsen, ich habe diese Unbeschwertheit nicht mehr. Und du weißt nicht, ist das eine vorübergehende Zeit, wir müssen ja auch mal durch Täler durch. Oder saug dir das auf Dauer einfach Energie und Freude weg aus deinem Leben. Kannst du vielleicht nicht mehr wachsen, merkst du dann, das wird nichts mehr. So, dann empfehle ich dir, sagt er zum Beispiel, wenn du mit dieser Person vielleicht zwei Jahre zusammen bist, ihr hattet schöne Zeiten, auch nicht so schöne Zeiten, dass du dir dann sagst, okay, ich setze mir einen Zeitrahmen von vielleicht drei Monaten. So, wir haben jetzt den Monat und in drei Monaten schreibst du das Datum auf. Wenn bis dahin nicht das und das passiert ist und schreib dir die wichtigen Punkte auf, dann werde ich Schluss machen. Dass du es dir nicht leicht machst, aber trotzdem eine Entscheidung getroffen hast. Wenn du sagst, na ich guck mal, wird vielleicht besser, schiebst du es ewig vor dir her. Und wenn du kein Datum setzt, guckst du in drei Monaten in deinen Kalender und dann steht da ja in drei Monaten, in drei Monaten, dann geht das immer so weiter, immer so weiter. Du musst es dir wert sein, dass du klare Entscheidungen triffst. Und je mehr du weißt, was du willst, welche Werte du hast, was dir wichtig ist, zum Beispiel in einer Partnerschaft, umso leichter fallen dir Entscheidungen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, mach aus deinem Leben ein Meisterwerk. Lerne, Entscheidungen zu treffen und werde der Beste, der du sein kannst. Dein Bodo Lerne, Entscheidungen zu treffen und werde der Beste, der du sieben, Lerne, Entscheidungen zu treffen und werde der Beste, der du sieben,